Der Weg des Samurais ist einer der Immediatität und es ist es besser, dass sie in den Kopf hängen. Kendo entwickelte sich aus dem Schwertkampf wie von der Kriegerkaste, den Samurai im mittelalterlichen Japan bis zur Perfektion verfeinert wurde. Als man durch die militärische Weiterentwicklung und den gesellschaftlichen Veränderungen vom Gebrauch des Schwertes abkam, geriet die Kunst des Schwertkampfes dennoch nicht in Vergessenheit. Man erkannte das Potenzial für die körperliche, geistige und charakterliche Ausbildung. Wir trainieren mit zwei verschiedenen Schwertern mehr oder weniger. Das eine ist eben der Schiene. Das besteht aus vier Bambuslamellen, die mit Lederbändern zusammengehalten werden. Mit denen wird auch quasi im Gefecht gekämpft und bei den Übungen trainiert. Und auf der zweiten Seite gibt es quasi einen Bocken, der ist Vollholz. Mit dem werden diese Kunstformen, auch Cutters genannt, dann geübt, die man dann für diese Darmprüfungen braucht. Im Gegensatz zu anderen Kampfsportarten werden beim Kendo keine Rangabzeichen wie farbige Gurte oder ähnliches verwendet. Alle sind gleich. Die Kendockers haben ein eigenes System der Graduierung. Es ist so, es gibt sogenannte Q-Graduierungen, die sind vor dem Tarn. Die gehen eben von 10 bis 1 und dann geht es los mit dem ersten Tarn. Das ist vergleichbar mit einem Karate-Schwarzen-Gürtel. Kendo setzt sich aus den Worten Ken, Schwert und Do, Weg zusammen. Bedeutet also Weg des Schwertes. Weg bedeutet in diesem Zusammenhang allerdings mehr als das reine Erlernen der Technik. Es ist auch der Lebensweg bzw. die Lebensphilosophie gemeint. Eine körperliche Tüchtigung einerseits, natürlich eine meditative Komponente dabei, weil es sehr darum geht, Dinge, die man anfängt auch fortzuführen, fertig zu machen, den Angriff zu vollenden. Und ja, macht einfach Spaß in erster Linie. Das ist das Entscheidende, glaube ich. In the words of the Ancients, one should make his decisions within the space of seven breaths. It is a matter of being determined and having the spirit to break right through to the other side. vonts geht um und weiterer Zeit Untertitelung des ZDF, 2020